... 2020 in Magdeburg stehen an. Und da steht sich gegenüber Fisizina, Shoshin und Niyo Chiven. Mit einem klaren 13-0-erfolg sind sie in das Turnier gestartet. ... und ja! 1, 0 1, 2 2, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 In Japan sind die Frauen genauso, oder noch bekannter als die Männer, als die Jett. 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 6 9 7 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 Ich glaube nicht. Ich denke, es geht dann trotzdem nicht mehr weiter. Auch wenn jetzt nicht mehr ist. Das ist nichts Doppel. So in der letzten 90-Jahre. 3, 4. 4, 2. 3, 5. 4, 5. 5, 4. 5, 6. 5, 6. 6, 8. 7, 6. 7, 0. 8, 7. 8, 9. 9, 0. 8, 9. 9, 10. 10, 0. 11, 3, 5. 4, 5. 5, 6. 5, 6. 5, 7, 0. 5, 7, 0. 13, 13, 14, 15 Lief sie mir ein. Ja, gut. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 12, 11, 10, 12, 13, 12, 19, 19, Nein, das war nicht. 5, 10 10, 6 10, 7 10, 7 10, 7 11, 7 11, 8 12, 9 12, 9 13, 9 13, 10 14, 10 15, 10 15, 10 16, 14 16, 15 Und wieder zurück von Magdeburg. Wir wünschen jetzt die Mitglieder der Mixed Competition, der German Open 2020. Shuxin und Liu Xiuen. Bitte kommen Sie zu uns. Herzlichen Dank für die Titel. Für unsere Translation. Und was diese Titel bedeutet für Sie, die Mitglieder der German Open in the Mixed Competition? Ich bin sehr froh, in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, dass die Mitglieder dieses Jahrzehnten sehr wichtig sind. Ich glaube, dass die Mitglieder dieses Jahrzehnten, die die Titel haben. Ich bin sehr froh, dass die Titel gewonnen hat. Ich bin sehr froh, von der letzten Jahrzehnte bis zum Jahrzehnten. Das bedeutet, dass wir uns sehr wichtig sind. Und natürlich, alle wollen die Mitglieder der Olimpics. Das bedeutet für uns sehr viel. Talking über die Olimpics, Sie haben bereits gewonnen, für die Olimpics für Tokio. Was sind die nächsten Schritte? Was haben wir auf Jesucr september Ncreest viehstdeะ? Was haben wir das gleicheén style pondanziges zum Jahrzehnten als Jahrzehnten übert Everest Wildnis? Was haben wir definiert über die Olimpics für diese Wandelsbeняя anzunehmen? Und dann können wir in den nächsten Mal weitergehen, weitergehen und weitergehen. Natürlich ist es der Ziel für unsere Team ist, dass wir die Championship gewinnen und weitergehen. Und wir müssen weitergehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und begrüßt euch wieder einmal. Der Wiener der Mixed Competition, Deutschland Open 2020. Vielen Dank.